ja halli hallo ich grüße euch. Es ist mal wieder Zeit für Oustachina. Wobei ich eigentlich schon weiß was drin ist, es dürfte die Nachlieferung sein von zwei USB-Kameras. Ja, genau so ist es auch. Ich pack mal eine aus. Das ist ekelig verpackt. Die Dinger waren ewig lange unterwegs. Oder eben, es ist die Nachlieferung, ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall ist der Fall schon angemahnt. Und, ja, Nachlieferung angeblich geschickt. So sehen die aus. Sollen 8 Megapixel, glaube ich, haben. Und, äh, oh, Zimmerdigital. Zoom steht sogar jetzt noch drauf, ja. Ähm, Infrarotlicht. Ja, mal gucken, was die Dinger taugen. Hier ist noch irgendwas zum Drehen dran. Ja, schauen wir mal. Ich werde sie testen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.